Hey, Willkommen zur 29. Folge von The Last of Us. Ja, wir spielen jetzt weiter und zwar im Herbst, wann auch immer es Herbst geworden ist. Wie auch immer wir hierher gekommen sind, war ein heftiger Cut zwischen der Szene und hier wo die zwei anderen sich umgebracht haben. Jedenfalls hat sich der Typ umgebracht, nachdem er seinen Bruder wahrscheinlich umgebracht hat. Ach nee, er hat sich nicht umgebracht, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, er hat aus seinem Kopf geblutet und ja, ist wohl umgefallen. Denn danach war die Szene zu Ende und dann waren wir plötzlich hier, warum auch immer. Egal, es regnet. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Was liegt denn hier Feines? Ja, so viel dazu. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Na komm. Hier runter, oder was? Es geht nicht runter. Hier geht es auch nicht runter. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Tommy. Ihr habt euch getrennt heute. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich's doch. Warum bin ich dabei? Tommy hat seine Meinung, ich hab ne andere. Darum war er bei den Feines, weiß ich. Ja. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es, Sir? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wieder sehen. Puh. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihm. Wir schaffen das. Gehen wir weiter. Wir schaffen das schon genau. Jetzt aber auch nichts zu finden. Hier wäre sicher mal wieder ein schönes Versteck für irgendwas gewesen. Ja, wir können ja mal ein bisschen schwimmen. Ja, weiter geht's nicht. Schade. Tja, vibrierter Controller, aber mehr auch nicht. Komme ich nicht rüber. Muss ich jetzt wahrscheinlich hier hoch, ne? Nein. Nein. Eigentlich mal ganz schön hier. Mal so das Wasser anzusehen. Sieht wirklich gut aus hier, finde ich. Schon schick gemacht. Was ist das? Was ist das? Was du siehst, ist ein altes Wasserkraftwerk. Was? Was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir da rüber? Am besten wir gehen rein, gucken uns das an und dann sind beide schlauer. Oh, wir können hier tatsächlich rein. Oh, wir können hier tatsächlich rein. Und was bringt das? Tja, das war die Hälfte. Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber. Na bitte. Und wieder an Messer weniger. Yay. Oh, Pfeile. Hör mal her damit. Und Munition kriegen wir auch wieder. Fein. Hör mal her damit. Eigentlich brauchen wir jetzt nichts zu basteln. Warte mal. Vielleicht mal wieder was. Heiltempo. Schwanken der Waffe. Schwanken der Waffe hatte ich doch. Ach egal. Okay, hier können wir nichts machen. Oh, wo muss ich jetzt hier hin? Wenn Amy schon hier ist. Aber rüber schwimmen wird sicher auch nichts. Glaube ich jedenfalls nicht. Ähm. Ähm. Okay. Ich überleg mir was. Warte hier. Vielleicht hier hochziehen und dann da irgendwie. Das wäre doch eigentlich perfekt. Oh, sieh mal an. Wir können hier tauchen. Ah, da unten scheint es rein zu gehen. Hol ich nochmal schnell Luft ein. Jetzt da rein. Okay. Ah, da ist ne Palette. Kennen wir doch schon. Was für ein Zufall. Okay, Ellie. Du musst jetzt... Ich weiß. Äh. Steig auf die scheiß Palette. Hm. 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 Schon findet man ne Palette. Schon findet man ne Palette. Hm. 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 Da unten noch irgendwas gibt. Nicht, dass ich hier doch irgendwas übersehe. Ja. Na gut. Lass mal das. Ja, die ist schon fertig. Sie ist fertig. Mal ja... rüber. Hey, sei vorsichtig da drauf. Na klar. Teamwork. Ja. 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 He he. Oh. Ah, hier liegt auch was. Fahr mal her damit. Ob das hier so nahe Zelt ist? Bisschen komisch aus. Das ist zu klein für ein Grab. Ich hab vergessen, den Roboter auf sein Grab zu stellen. Was mach ich jetzt damit? Ali. Was? Ich will darüber reden. Nein. Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkauen? Dinge passieren. Das ist nun mal so. Aber... Es reicht jetzt. Schon gut. Tut mir leid. Gehen wir zu Tommy. Da unten gibt's auch nix. Dann... müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Oder? Hier hoch. Ich hab Angst, dass ich auf einmal den richtigen Weg gehe. Ich weiß, hab ich auch. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Ja, hier wären wir auch hin gekommen. Aber da gibt's nix zu finden. Bist du schon da? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Hallo? Wo rennt denn die rum? Wo rennt die denn rum? Wo rennt die denn rum? Ach da. Haha. Warum einfacher, wenn's so kompliziert geht, ne? Musst mir ja nicht unbedingt überall hin folgen. Kannst dir auch deine eigenen Wege suchen. Oh, hier kommt gleich wieder was. Hier kommt gleich wieder was. Ich riech' es. Ah, außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. War doch klar, ne? Hm. Was ist das? Yeah. El Diablo. Hm hm. Sagt mir nichts. Eine Karte des Kraftwerks in Jackson City, äh, County. Wie auch immer. Äh, Lumpen sind schon wieder voll. Kann doch nicht sein. Da werden wir ein paar Lumpen aufbrauchen. So. Auch wieder voll. Die Klingen. Dann werden wir uns ein Messer bauen. So. Wo ist das? Okay, das hat jetzt nicht so geblinkt. So. 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 Mann. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wär klasse. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Oh? Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hause und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du. Du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden. Ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Wo sollen die denn hier bitte schon hingehen? Nach Hause. Mit nach Hause meint ihr sicher nur noch drin, oder? Alter, was ist... Wie hab ich die Grafikbugs gerade? Seht ihr das? Maria? Ja, was ist... Wir sind im Kontrollraum. Sie bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du's dir an? Ach, ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich geh. Ich komme mit. Geh mit Maria und isst mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Äh. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas. Zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das... Was? Oh, wo bist du? Hallo? Alter, hat er sich gerade in den Luftlauf gelöst, oder ist der hochgegangen? Hä? Jetzt nicht rollen. Oh. Lager. Mach mal her mit dem Zeug. Sprengstoff. Fertigungszeit. Nehmen wir mal Fertigungszeit. Kann ja nicht schaden. Jetzt muss der Typ mir unbedingt mal zeigen, wo der hingerannt ist. Kann doch nicht sein, dass der einfach weg ist. Da oben wahrscheinlich, hm? Ne. Ach, hier. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sag dir, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich... Ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Die Story noch ein bisschen strecken, ne? Jetzt regnet er mal noch. Vielleicht, was wir nirgends in der Stadt laufen. Vielleicht, was wir nirgends in der Stadt laufen. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saaten und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Na, wir tun es. Die Turbine kannst du nicht retten. Oh, das wird schon. Ich werde jetzt nicht mehr aufgehen. Ich kann nicht rennen. Ich laufe hier einfach ein bisschen rum. Oh, Flaschen. Flaschen. Hier. Wir werden hier aber nicht überfallen, oder? Nicht, dass ich hier wirklich jemanden ablenken muss. Macht ihr zu eurem Schutz. Die Erwachsenen bewachen den Wege. Wir haben einen elektrischen Zaum. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Perfekt für Deckung hier irgendwie. Stein. Wer legt hier einen Stein hin? Alter, wir werden hier garantiert überfallen. Kommt gleich irgendwas. Flasche. Hier kann man sich auch wieder hinverstecken. Wer lässt das hier so unordentlich, wenn man hier fast lebt? Hund. Nicht streicheln, nicht streicheln. Jetzt muss ich mich selbst erschießen. Wie kann ich mich selbst erschießen? Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Ich klau euch einfach mal die Klingen hier, ne? Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdabble. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Rauchbomben, je. Rauchbomben verbessert, aber hier kann ich jetzt meine Waffen erst mal verbessern. Was haben wir denn? Eine Pistole, Revolver, El Diablo, Shorty, Jagdgewehr, Schrotflinte und Bogen. Nachleidetempo. 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 Ähm. Mehr kann ich sowieso nicht. Wenn nach links. Vorsicht. Ähm. Okay, das ist gut. Aufsicht. Langfern. Sehr interessant was die da machen. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nicht nur noch 30 Sekunden! Okay, und das war's! Fertig? Mach schon! Drück drauf! Das geht los! Geschafft! Gut gemacht, Jungs! Jemand wird über Rea die gute Nachricht übermitteln! Das siehst du? Ganz schön beeindruckend! Du schuldest ihnen 2 Millionen! Okay, Joel! Reden wir! Gut, bevor wir reden, mache ich hier wieder eine kurze Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!